was weiß ich ich brauche auf jeden fall eine aber ich habe noch ich habe noch nichts gefunden noch nichts ein gold kein diamant und nur dreck ja keine sorge eisen ist diamanten sind nur das wert als sowas in minecraft finden kannst du hast sie gefunden durch meinen coolen schacht nee nee die hat er schon vorher gefunden in meinem schacht nein doch in seiner mine genau er hat er bei mir gefunden er mit den diamanten los die sind oben in der gemeinschaftsruhe der läuft dahin und er holt die und dann versteckt das nicht wieder im wald irgendwo brauche ich mir eine eigene höhle du meinst dann kannst du dir alles leisten oder ja mann du hast mir die kaputte spitzhacke ich habe diamanten gefunden jetzt kann ich sie nicht mehr abbauen weil ich keine spitzhacke mehr ab wo seid ihr ja ach nee aber das ist trotzdem blöd jetzt komme ich nicht mehr zu euch verdammt wo steckst du denn hier war ich irgendwo keine ahnung ich komme jetzt entgegen wenn du beim bunsen bist irgendwo in der nähe dann bin ich jetzt auch bei euch oder bei mir und ihr wisst gar nicht wo ich bin ich bin ich bin beim spawner oder was aus irgendeinem grund sehe ich nicht mehr so viel also ich weiß nicht ob ihr das noch nicht mitgekriegt habe ich bin immer auch unten in der höhle da ne die ich vorhin entdeckt habe ja hier ja und da baue ich gerade halt ziemlich weit rein ich weiß aber warum baust du da rein warum tust du nicht einfach erstmal die schächte ablaufen die du jetzt hier frei gedeckt hast welche schächte ja hier sind überall minenschächte also normale schächte meine ich jetzt keine ahnung ich habe mir einfach einen gang gesucht und habe mich da reingebuddelt so lange lava ja keine ahnung ich bin meine diamanten immer sehr ja ich passe ja auf ist ja wohl nicht das erste mal dass ich mein kraft spiel auch scheiße richtig du bist nicht der erste mit idee bei dem ich weiß dass er spielen kann ich habe auch so ein freund der spielt ständig minecraft und er schafft es immer in den billigsten art auch in der lava zu verrecken also ich bin dass auch wenn du spielst ist kein garant dafür dass du nicht irgendwas dämliches anstellt und dann ja ich stelle irgendwas dämliches an gleich ich habe ja noch eine eisenschwitzer kugel warst du dagegen wenn ich deinen bogen hier lasse oder willst du den unbedingt haben ja den will ich unbedingt haben wo steckst du warum ist denn hier über koppel ach hier da hatte ich vorhin geguckt an der stelle so ich sag jetzt wenn ich in die richtung buddelt dann finde ich da diamanten viel spaß wo ist der denn wie bist du denn da hingekommen junge ich bin doch auch so das wertvollste was es für euch gibt okay ich habe mich jetzt hier quasi über die mann verfügst stimmt das und nicht echt oder ich habe im kreis geburt ich muss euch das zeigen und bleibt stehen wo du bist und bleibt stehen wo du bist und jemand hat ein enderman warte mal wie ich gebuddelt habe ich bin hier bei der zugedeckten lava jetzt gerade ja bleib wo du bist ja ich glaube ich bin schon wieder weg geht zurück da wo du warst ja ich sehe deinen namen irgendwo gesehen ja bleib doch mal stehen der hoffst weiter ne ich hab's nicht lassen der typ was seid ihr denn einfach stehen bleiben da ok wo hast du den bogen gefunden ich hab deinen bogen in der hand jetzt guck mal wie ich gebuddelt habe ich habe mir gedacht komm baust du dich mal hier rein das wird das schlimmste was du machen kannst nach oben hin buddeln hab ich ja nicht hier pass auf hier habe ich angefangen so buddl 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 sooo glyph 1994 und wo ist es denn jetzt am klügsten sich rein zu buddl 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 البdl buddl 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 Mist. Ah, sorry. Aua! Entschuldigung. Ich mach das jetzt auch. Ich hab noch nicht mal mehr Fackeln. Ich hab noch 10 Stück Downy. Downy, du warst an der Lava, oder? Ja. Hier, Fackel, Fackel, Fackel. Ich hab ein paar Fackeln gedroppt. Ich hab ein paar Fackeln gedroppt. Ach, da seid ihr irgendwo. Ich hab die bei Alex gedroppt. Ja, ich krab mich jetzt zu euch durch. Moment, ich muss das Eisen noch mitnehmen. Das ist total durcheinander. Die brauchst du nicht. Dauer nicht, bleib wo du bist. Ich hab noch nicht mal Eisen gefunden. Ich find nur Dreck. Immer noch. Dreck und Stein. Stein und Dreck. Dreckige Steine. Findest du dreckige Steine? Stein mit Dreck drauf. Aber kein Eisen. Kein Gold. Stein mit Dreck drauf? Ist eigentlich gut. Ich hab Lapis gefunden. Ich hab ein Lapis gefunden. Geil. Werf mir am besten ein ganzes Deck raus. Tu ich doch gerade. Ja, das sieht aus, als ob du mich vollpinkeln würdest. War der Plan. Toll. Ich hab nur noch 5 Fackeln und er droppt da was weiß ich wie viele. Ja, ganz nett beherrschen. Warum gibst du mir denn so viele? Hast du gerade den Redstone angeschlagen, um eine Lichtquelle zu haben? Ja. Hab ich die ganze Zeit hier gemacht. Du musst dich zu helfen wissen, wa? Ja, ich tue immer so selten Fackeln. Wegen. Mach ich unten mal weiter. Achja, hier noch ein bisschen was und da noch ein bisschen was weg. Da ist schon wieder Eisen gefunden. Boah, ich kotze gleich. Ja, arme Bunsen. Statistiken. Blöcke. Abgebaut. Stein. 1022. Ich glaub, wenn Bunsen so weitermacht, fängt er sowieso bald mit nem Schreikampf an. Ja, weil ich hier nichts finde. Der Bunsen ist vor allem so ein Statistiker immer. Der kriegt dann... Der erwartet, bis er seinen ersten Erfolg bekommt, dass er hier irgendwie keine Ahnung finden wird. Hey Jungs, ich hab Diamanten gefunden. Ja, leck mich zum Scheißpatter. Ein Diamant? Mal gucken, wie viele es werden. Zwei Diamanten. Du suchst einfach Falschbunsen, das ist das Problem. Ja, ich buddel mich hier einfach rein, aber es kommt nicht. Ja, du buddelst zu viel. Weniger buddel, mehr Finken. Ja, ich hab allen erst gefunden. Hier ist Hylestone. Ja, und hab ich auch schon gefunden. Da feier ich mich ja nicht mehr für. Bo, du wirst es erleben. Es ist so ein geiles Gefühl, wenn man Diamanten findet. Selbst die alten Hasen. Ich bin ja nicht so alt. Die alten Minecraft-Hasen meine ich damit. Achso. Dafür hab ich schon ganz viel Eisenerz. Für mich sind Diamanten immer ein Highlight. Und werden es immer sein. Wo seid ihr jetzt hin? Der Bunsen, der baut ganz komische Strukturen. Ich bring mal die Diamanten hoch. Mir ist das jetzt so blöd. Ich hab keine Strukturen. Dem schließe ich mich an. Bei Diamanten darf man nicht so einfach. Doch, doch, darf man. Was darf man? Diamanten darf man so einfach. Du hast doch irgendwas gesagt jetzt. Ja, so einfach verschlampen. Ja, ich verschlampe alles. Ich hab sogar schon mal geschafft, meinen Geldbeutel zu verschlampen. Ja, ich glaub das verschlampt jeder mal in seinem Leben. Machen wir jetzt eine Diamantspitzhacke, okay? Ja, von mir aus brauch ich mir auch eine. Toll. Und ich hab nur noch eine Steinspitzhacke. Weil ich ja keine Eisen habe. Du hast doch Eisen, oder? Wo soll ich Eisen herhaben? Ich hab da noch nichts gefunden. Ich bring dir auch eine Eisen mit, okay? Wir haben dir doch eine Eisenspitzhacke gemacht. Ja, zwei Stück schon. Wir haben sogar genug, um die einen, glaub ich, zu machen. Nee, wir haben nur sechs Diamanten. Diamante. Nein, wir haben acht Diamanten. Hast du auch welche? Ich hab auch welche. Jetzt verschwindet die Diamanten nicht für mich da. Mir reicht einfach eine Eisenspitzhacke. Wenn ihr mir sagt, wie ich die hier unten... Nein, die Diamante ist doch am besten. Die Diamante ist doch am besten. Ja, aber das sind so wertvolle Diamanten. Ich werd jetzt eine Mobfalle bauen, okay? Ja, die sind... Ja, von mir aus. Die sind zwar wertvoll, aber... Sie bringen doch nichts, wenn du dir wenigstens mal was ordentliches herstellst. Ja, dann... Wenn ihr mir sagt, wie ich mir hier unten jetzt irgendwas mache... Downy, wie viele Diamanten hast du noch? Hä? Wie viele Diamanten hast du noch? Weiß ich nicht, tu mal das Eisen. Was hast du an Eisen? Dann kannst du das noch in den Ofen mit reinklatschen. Ich brenn grad Eisen. Hier baue ich einen Ofen, dann schmeiß ich da auch Eisen erst rein. Hast du noch einen Diamanten frei, dann baue ich ihm auch noch eine Diamanten-Axt. Ich hab keinen Diamanten mehr frei jetzt. Nein? Nee. Dann fehlt uns genau ein Diamant für Bunsen. Ja. Wollt ihr mir mal eben sagen, wie ich hier einen Ofen baue? Dann nimm in die ganzen hier... Das ist so ein Fail-Material-Dings. Was soll ich mit? Nimm in der Steinzeug auch noch mit, dann kann er das auch noch verbrauchen. Roger. Einen Ofen musst du genauso wie eine Kiste machen, nur aus Stein. Ich kann dir Eisen, kann ich dir mitbringen, wenn du willst, eine Spitzhacke. Ja, aber dafür musst du mich erst mal finden. Wo ist der Junge denn schon wieder hin? Wo ist der Junge denn schon wieder hin? Oh, ich hab noch nicht mal Holz. Ich hab nix. Ich hab nur Stein. Marmor-Stein und Bunsen. Ich finde es witzig, wenn Neulinge ihre Erfahrungen in Minecraft machen und merken, dass sie... Ach, das ist so süß. Wo steckt der denn jetzt? Keine Ahnung. Lost, Alter. Ich seh nicht mehr mehr denn mal... Komm zurück, Mann. Nee. Jetzt hab ich hier einmal angefangen und jetzt äh... Halt, okay. Jetzt hör ich doch nicht mehr auf. Es wird... Es ist ein so geiles Gefühl, wenn du Diamanten findest und nicht mehr zurück findest und dann stirbst. Oh ja. Glaub mir, das ist das beste Gefühl. Besser geht's. Weißt du, du hattest 5 Diamanten im Inventar dabei. Um... Ne, das war mein Schach, den mach mal zu hier. Geh mal raus, der ist kacke. Ja, lass uns mal neun haben. Lass den hier benutzen, den von Bunsen, der war toll. Der geht aber nicht weiter. Der find man schon irgendwo weiter. Guck mal hier zum Beispiel, das ist komisch. Oder? Ich hab noch zwei Fackeln. Warte mal, das ist super, das ist super. Lass da bloß die Finger von. Oh. Du hast die kaputt gemacht, oder? Die Wasserquelle, ja. Ich wollte die mitnehmen, in meinem Eimerchen. Ich auch. Die sind super, um Laberquellen zu löschen. In meinem Schacht hab ich auch noch Wasser gehört. Nein, es kotzt doch so an. Ich baue hier ab wie so ein Behinderten. Ich seh, ich seh die Schrift ganz, ganz weit entfernt von euch. Ja, du baust ab wie ein Behinderten. Ich hab hier was blaues gefunden. Das ist Lapis. Wie blau? Hellblau oder dunkelblau? Dunkelblau. Lapis Lazuli. Ey guck mal hier, ich baue hier ab und hier ist die nächste Höhle. Ja, toll. Du findest immer was. Oh Gott, der Arme. Lapis Lazuli, Alter. Ja. Und da ist die Höhle schon wieder zu Ende. Also keine Aufregung. Ich hab Lapis gefunden. Das ist ja schon mal was. Wegst mal eine andere Farbe als immer nur Dreck. Ist das auch der einzige Typ, der auf dieser Höhe konstant nur Dreck findet, oder? Ja, ist so. Ich hab nur noch eine einzige Fackel. Cool. Ich hab eine Höhle gefunden. Toll. Feiert euch halt. Ich komm. Oh scheiße, ich brauch ganz dringend was zu essen. Hat jemand was zu essen mit dir runtergenommen? Ich hab nur noch drei Äpfel. Ich hab kein Leben mehr. Ich werd gleich einfach so runter verrecken. Also ich hab hier ein Stückchen, einen kleinen Gang gefunden. Toll. Noch schöner ist, wenn du Diamantwerkzeug hast. Du bist grade am Minen und dann... Ähm. Dann geh ich hoch. Haben wir in unserem normalen Haus noch irgendwo was zu futtern? Ja, ich hab im Ofen noch 20 Schweine Steaks. Schweine Steaks? Schweine Steaks. Au. Bau mich jetzt einfach erstmal ohne Fackeln hier durch. Ich seh aber so genug. Ich hab 32 Lapis. Ui. Das würde ich ja nicht erwählen. Ja, was soll ich denn machen? Ich hab nur eine Fackel. Zurück her. Nein. Normalerweise haben wir jetzt genug Eisen gesammelt, um... Ja, toll. Ihr. Ich hab noch nicht einen Eisenblock gefunden. Und bis ich keinen einzigen Eisenblock gefunden hab, komm ich nicht zu tief. Vielleicht bist du wieder zu tief. Du hast doch schon Eisenblöcke gefunden. Ich hab keinen Eisenblock gefunden. Vielleicht bist du wieder zu klein. Ich hab Gold gefunden. Oh, ich kotze ab. Vielleicht bist du wieder zu tief unten, Bunsen. Nee, ich bin schon wieder ein Stückchen höher. Ich grab hier in alle Richtungen. Hoch, runter, links, rechts. Oh, das ist viel Gold. In der Hoffnung irgendwas zu finden. Warum haben wir hier Eisen? Du hast gar kein Fleisch da drinnen. Da ist Eisen in dem Ofen drin. Dann ist der... Dann ist das Fleisch schon im Dings. Ich hab... Wow, ist das eine Goldader, Mann. Und eine Lapislazuli-Ader. Das ist rohes Fleisch, was du hier hast. Kann ich mir aus Lapis irgendwas bauen? Ähm, blaue Wolle. Ja, Lapislazuli-Blöcke. Ja, oder blaue Wolle. Und du kannst Schafe bunt färben. Ich hab noch eine Goldader gefunden. Ja, du hast es voll gut. Wartet ab, Jungs. Wartet ab. Was werd ich jetzt mach? Los, gleich auf eine Diamantader. Wow, das ist viel Eisenerz. Das ist ja... Boah, ist das viel. Ist ja mindestens 10 Eisenblöcke, Mann.